hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin auf die jagd nach dem ticket ich habe folgendes spiel flotte kommando wie gestern ich erstmal starten häufig kommen die spiele aber meistens kommen die spiele mal zweimal hintereinander keine ahnung warum aber ihr seid so ich habe da noch ganz bisschen weiter gespielt ich glaube zehn minuten oder sowas also nichts großartig passiert noch 234 klicks gemacht und das war es dann jetzt sind wir hier das ist ein bisschen doof dass das bildschirm nur auf so einen schmalen handy geht ich würde am liebsten jetzt meinen monitor drehen dass ich es hochkant habe weil dann könnte ich so spielen dass wir für euch dann scheiße weil dann seht ihr alles schräg deswegen ah und ich habe letzten sound vergessen ja ja ok genau dann geht es jetzt weiter letztes gefälscht ok 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 da muss man nicht so aufdrücken aufgabe aufgabe da dann möchte ich zu denen bauen aufgabe ok titan bauen titan abbauen da titan abbauen so kommando zentrale ach das sind die sachen die ich gestern noch so gemacht habe aufgabe 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 und jetzt habe ich mir die belohnung abholen weil ich vergesse habe da unten mal drauf zu drücken das habe ich gestern irgendwie gar nicht gesehen verbesserungen beschleunigen machen wir nicht gut bauen ok verbesserungen gratis auch schön verbesserungen gratis nochmal gratis nochmal gratis das ist doch ok für die leute die das sind erstellen erstellt ein charakter hat rote haare wie ich aber sonst denke ich eher der ich heiße red dark erstellen ok aber ich vermute wie ich gestern schon mal sagte das ist so ein spiel was ich nicht ganz so mag wenn ich da auf der welt gehe werde ich bestimmt gleich die ganzen leute sehen ich habe es gestern mir nicht getraut darauf zu gehen ich habe nur paar minuten gespielt und dann habe ich auch gleich abgebrochen habe aufgehört weil ich mir schon gedacht habe das ist so ein spiel wie wo du so eine basis baust und dann immer die leute angreifst wie heißen jetzt die spiele ich habe doch davon so viele gehabt mir fallen die namen jetzt nicht ein tut mir leid und nichts ist gefecht keine schiffe drin wir nehmen mal eins eh es ist eine die die der die 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 Es müssen immer zwölf Schiffe sein. Maximal Stärke, das ist ja noch besser, einfach auf maximale Stärke gehen, dann holt er sich die Besten raus. So, dann schauen wir mal wer hier gewinnt. Ah, hab ich ganz neu. Wiederholen, Teilen, schließen. Maximal Stärke, Angriff. Oh, mit einem Angriff. Das ist doch mal nice. Maximal Stärke, Angriff. Jetzt ist immer Flugzeugträger dran. Und nochmal maximale Stärke. Und wieder Flugzeugträger. Und... Oh, nicht ganz. Aber... Jetzt. Bislang nur... Drei Sterne Gold. Mann, ist das schön. Also wenn das so weiter geht, wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Am Anfang ist das gut. Oh. 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 Ich wollte gerade sagen, da hat überall sieben Schiffe drinnen. Oh, da hat überall acht Schiffe. Und... Oh, da hinten ist auch ein Flugzeugträger. Der hat doch nicht überlegt. Oh, hier ist einer gestorben. Ah, das war's schon. Ach. Ja dann. Alles nice. Ah, jetzt geht's hiermit weiter. Wenn ich auf Welt drücke, dann möchte ich jetzt mal gucken. Ah, siehste. Das ist das, was ich meinte. Man hat hier seine Basis und dann kann man die Gegner angreifen. Ah. Sowas mag ich ja überhaupt nicht. Wenn du jetzt in der Gede irgendwie nicht bist, wirst du bestimmt wieder angegriffen. komm bei uns in der Gede rein. Sonst machen wir dich platt. Und... Ah. Also das ist schon wieder ein Zeichen, wo ich das Spiel aufhören will. Also... Ich spiel's natürlich jetzt noch weiter. Aber... Ich werd's danach nicht mehr weiterspielen. Ich zeig's euch nochmal hier schnell. Das Flottenkommando. Also... Solche Spiele sind auch gut, wenn du halt in der Gilde bist. Aber ich bin immer so einer, der lieber alleine kämpft. Bin zwar auch in der Gilde bei Clash of Clans. Ich mach auch meine eigenen Gilden. Für Leute, die keinen Bock auf andere Gilden haben. Die einfach nur nicht genervt werden wollen. Weil... Also sprich... Wenn ich ne Gilde mache, ist das meistens eine Gilde, wo du machen kannst, was du willst. Reparieren... Wurst man hier Mantel zum Reparieren bezahlen? Meine Güte... Ist das übertrieben? Maximale Schwerke... Naja... Oh! Und ich bin fertig. Ja gut... Das war's dann mit dem Flottenkommando. Ich geh nochmal in der Basis rein. Flottenkommando. Wer solche Spiele mag, für den ist das vielleicht gut. Es sind noch nicht so viele Spieler hier drauf auf dem Server. Deswegen... Hat man vielleicht noch gute Chancen. Oh! Was hab ich denn hier benutzen? Binde benutzen. Binde benutzen. Binde benutzen. So, jetzt hab ich mir alles abgehoben. Jetzt ist ja alles über voll. Alles rote angezeigt. Also ich kann nichts mehr dazu verdienen. Jetzt könnte ich nur noch hier schnell immer alles machen. Ja. Okay. Gut. Das war... Mein Video von heute. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich muss mir noch mein Dinges abholen. Bestätigen. Mein Ticket abholen. Genau. Das war's für heute. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.